Levin Öttsunali, 1. FC Union Berlin. Hallo Unioner, herzlich willkommen zum Heimspieltagsinterview vor dem Heimspiel gegen die Charlottenburger. Bei uns heute zu Gast unsere Nummer 7, Levin Öttsunali. Hallo Levin, guck mich nicht so skeptisch an. Hallo. Wie geht's dir? Oh, ist soweit ganz gut. Wir hatten jetzt ja auch ein paar Tage frei, uns zu erholen und hatten heute auch einen ordentlichen Wochenstart. Wo hast du die Länderspielpause verbracht, die freien Tage? Ja, ich war nur zu Hause bei der Familie, mal ein paar Tage durchatmen und ja, kraftgetankt. Du hast gerade schon erzählt, Wetter war nicht besser in Hamburg. Nein, Wetter war auf jeden Fall nicht besser. Ich würde dir ja gerne diesen schönen Ausblick von hier oben zeigen, aber es ist schon dunkel. Deswegen fangen wir einfach gleich an mit dem Interview. Levin, Heimspieltagsinterview heißt bei uns immer, wir wollen dich mal ein bisschen näher kennenlernen. Und nicht nur den Fußballer, Levin Öttsunali, darauf komme ich auch zu sprechen, sondern auch dich als Menschen. Deswegen würde ich mit fünf kurzen Fragen beginnen. Nicht lange überlegen. Ich weiß, du hast schon drauf geschmort, aber einfach mal frei raus. Das Erste, was dir in den Sinn kommt. Dein Lieblingsort in Berlin? Ja, ich denke, wir waren ja auch viel unterwegs jetzt in der letzten Zeit. Kommt natürlich zuerst die Wohnung in den Sinn und man verbringt natürlich auch viel Zeit hier am Stadion. Das wären so die beiden Orte. Ich finde auch den Lieblingsort hier, der Stadion an der Altenfasserei ist eine gute Antwort. Mit wem würdest du in eine WG ziehen? Ich glaube, das ist einfach. Mit Baumi habe ich schon beim DFB viele Tage zusammen verbracht. Da würde ich, denke ich, den Baumi nehmen. Ihr habt auch zusammen beim Mannschaftsamt gesungen. Ja, ja. Haben wir auch noch ein schönes Video. Das würde, glaube ich, noch ganz ordentlich passen. Aber das behalten wir für uns. Dein Berufswunsch als Kind? Ja, noch gar nicht so viele Gedanken als Kind drüber gemacht. Klar, es gab ein, zwei Sachen, die man ganz cool fand. Aber ich denke auch, Fußballer war schon immer ganz oben auf der Liste. Was machst du an deinen freien Tagen? Oder an einem freien Tag? So viele haben wir ja immer nicht. Ja, so viele haben wir nicht. Jetzt hatten wir mal ein paar Tage länger frei. Da ist man zur Familie gefahren, hat ein bisschen Zeit dort verbracht. Und dann war es auch schon wieder vorbei. Und wenn du nur einen freien Tag hast, wo verbringst du den am liebsten? Wo am liebsten? Ja, dann ruft man sich meistens aus und ist zu Hause. Wir waren jetzt ja auch immer viel unterwegs. Dann ist man auch mal ganz froh, wenn man nichts zu tun hat und einfach in der Wohnung ist. Du hast auch einen sehr schönen Ausblick, glaube ich, von deiner Wohnung. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wohnst du direkt am Wasser. Ja, am Wasser ist immer gut. Wenn du im Fußball etwas ändern könntest, was wäre das? Was man ändern könnte? Das ist auf jeden Fall eine schwere Frage. Da habe ich mir jetzt noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Es hätte ja sein können, rote Karte abschaffen oder sowas. Oh, ich glaube, dann wird es wild werden. Das wäre auf jeden Fall was Wildes. Hast du schon mal rot bekommen eigentlich? Noch nie? Nein. Überhaupt schon mal einen Platzverweis? Nein, auch noch nicht. Toi, 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 dass es so bleibt. Die gelben abschaffen. Warst du deswegen schon mal gesperrt? Nein, fünf gelben auch noch nicht. Wow, sehr vorbildlich. Nicht schlecht. Levin, das waren auch schon die fünf kurzen Fragen, aber das war es noch nicht mit dem Interview. Du bist noch nicht entlassen. Ich würde erst mal so ein bisschen auf deine fußballerische Karriere eingehen. Und bevor du zum HSV gegangen bist, hast du schon in Hamburg und Umgebung Fußball gespielt. Am Anfang bei Tura und Eintracht-Norderstedt. Und ich habe gesehen, da gibt es auch noch andere Sportarten, die man machen kann. Hast du mal was anderes versucht? Oder war das immer nur Fußball? Also Fußball war schon immer dabei. Klar, man hat auch mal ein bisschen Tennis gespielt. Aber das hat sich dann relativ schnell zu Lasten von Fußball verändert. Warum spielen eigentlich alle Fußballer auch nebenbei immer Tennis? Ja, das war noch, als ich ganz klein war. Ja, aber warum? Das ist ja hier Felix Groß und sein Bruder, die haben das erzählt. Ich weiß gar nicht. Irgendwann haben wir noch gesprochen, der hat auch erzählt. Tennis nebenbei. Warum denn Tennis? Ist es so? Hat sich halt ergeben. Hat auch Spaß gemacht als Kind. Viel bewegt, damit man abends kaputt war. Okay, da waren deine Eltern wahrscheinlich dankbar. Ja. Aber mit dem Tennis, das war nicht so erfolgreich. Was heißt nicht so erfolgreich? Fußball hat mehr Spaß gemacht. Dann auch in einer größeren Gruppe. Man hatte da seine Freunde. Und dann irgendwann, ja, wurde es halt mit dem Fußball immer mehr. Dann musste was weichen. Und dann war es, ja, weniger Tennis, mehr Fußball. Du bist, wenn ich es richtig gesehen habe, mit zehn Jahren zum HSV gegangen. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Achso. Hast dann dort sieben Jahre gespielt, bis es dann weiterging für dich nach Leverkusen. Was verbindest du denn noch mit der Zeit beim HSV? Ja, es war eine sehr schöne Zeit auf jeden Fall, auch in der Jugend. Man hatte da auch viele Freunde. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und, ja, ist auf jeden Fall was, was man sich gerne erinnert. Gibt es so noch was Spezielles, eine Anekdote, die du vielleicht erzählen kannst vom HSV? Ja, eine Anekdote nicht. Aber ich denke, auch damals hatten wir auf jeden Fall eine coole Mannschaft. Es hat immer Spaß gemacht, mit den Jungs zu spielen. Man ist auch teilweise zusammen zur Schule gegangen. Hat immer noch Kontakt. So, ja, es prägt auf jeden Fall. Mit wem hast du da noch so speziell Kontakt? Oh, ich glaube nicht, dass ihr die kennt. Sind keine großen Fußballer geworden? Nicht alle, ein paar. Aber jeder hat ja so seinen Weg gemacht. Lewin, dann, hatte ich gerade schon gesagt, ging es nach Leverkusen. Leverkusen per Laie zu Werder. Wie ist denn das dann als Hamburger Junge? Als Hamburger Junge? Ja, ich denke auch als junger Spieler ist es dann immer wichtig, Spielzeit zu kriegen. Ich kannte da auf jeden Fall. Das Trainerteam hat einem ein gutes Gefühl gegeben. Man hat da seine Spiele gemacht. Ist dann auch zu Bremen gegangen, als die in der Tabelle relativ weit unten standen im Winter. Hatten dann eine gute Rückrunde gespielt. Hat seine Spielzeit bekommen. Und das ist halt auch als junger Spieler, denke ich, wichtig, dass man in der Bundesliga die Chance kriegt. Und das war auf jeden Fall der Fall. Aber ist dir die Entscheidung schwergefallen, dann zu Bremen zu gehen? Also ich meine, da ist ja eine gewisse Konkurrenz zwischen dem HSV und Bremen. Und dann als Hamburger Junge ist man da in einem Zwiespalt oder überhaupt nicht? Was heißt im Zwiespalt? Ich war ja von Leverkusen zu Bremen ausgeliehen. Das hat sich in der Situation so ergeben. Und es war für mich persönlich die beste Möglichkeit, auch in der Bundesliga zu spielen, sich zu zeigen. Und ja, der Verein ist auch ein guter Verein und hat auf jeden Fall eine gute Zeit da. Aber du hast jetzt nicht negative Erfahrungen gemacht mit dem Umfeld, dass du bist ein Hamburger? Nein, auf jeden Fall nicht. Ich denke, es haben auch andere, die aus Hamburg kommen, schon mal bei Bremen gespielt. Da war ich nicht auf der Abschlussliste. Es war ja auch so, dass ich bei Hamburg nur in der Jugend gespielt hatte. Ich denke, es wäre dann vielleicht nochmal was anderes gewesen, hätte man da schon im Herrenbereich gespielt. Die nächste Station war dann schon Mainz. Wir haben vor kurzem erst gegen Mainz gespielt. Wie war es denn da, für dich mal wieder dort zu sein? Ja klar, man war ja auch lange in Mainz. Hat da auch viel mitgemacht. Höhen und Tiefen, denke ich. Hat da auf jeden Fall auch viel mitgenommen, viel gelernt im Verein. Klar kennt man die Verantwortlichen im Verein, obwohl sich da natürlich auch immer mal wieder was getan hat über die Jahre. Und ja, war natürlich schön, da dann auch mit einem Sieg wegzugehen. Und ich denke, das hat uns alle gefreut, ja. Hast du dann jetzt auch Karneval gefeiert eigentlich? Nein. Ist das was für dich oder überhaupt nicht? Ja, auch in Leverkusen war ja Karneval ein großes Thema. In Mainz nennt man es ja nochmal anders. Ja, das ist ja fast noch. Ah, fast noch. Okay, fast noch. Glaube ich, ja. Ah, da ist es noch was mit hier mit Hello und Alarfe und so. Das hat auch noch was damit zu tun. Ja, da muss man aufpassen, was man sagt. Was war denn deine wildeste Verkleidung? Wildeste Verkleidung? Ich habe es, glaube ich, immer relativ schlicht gehalten. Und was war das? Es gab so ein Fliegerkostüm, konntest einfach überziehen. Es war relativ leicht. Ja, wir sind ja auch in Mainz mit so einem Wagen durch die Stadt gefahren, um dann Kamelle zu werfen sozusagen. Und da mussten wir uns natürlich auch alle verkleiden. Es gehört halt auch ein Stück weit dann dazu, zum Mainzer DNA. Ja, DNA. Cool. Du bist aber nicht nur, also du hast mit 25 Jahren schon ein paar Stationen hinter dich gelassen. Du bist aber auch noch nebenbei sehr erfolgreich von der U15 bis zur U21 deutschen Nationalmannschaft gewesen. Bist mit der U21 und mit der U19 Europameister geworden. Gab es denn neben den Finalspielen 2017 und 2014, war das, glaube ich, dann so ein Spiel, woran du dich besonders gerne erinnerst? Schwer. Ich denke, ja, in der Nationalmannschaft haben wir die Spiele relativ oft gewonnen. Da hat natürlich jedes Spiel, denke ich, Spaß gemacht, wenn man die Spiele gewinnt oder erfolgreich ist. Ja, macht es für alle, denke ich, immer mehr Spaß. Und es war auf jeden Fall immer eine schöne Zeit. Auch, denke ich, sehr erfolgreiche Zeit. Jetzt das 2-21-Final haben wir leider gegen Spanien verloren. Kann man halt auch leider nicht immer gewinnen. Aber es war auf jeden Fall eine schöne Zeit, wo man auch viele Leute kennengelernt hat. Und ja, wo man auf jeden Fall sehr erfolgreich war. Du hast es gerade schon gesagt. 2019 habt ihr dann das EM-Finale verloren, 2-1. Wie baut man sich dann nach so einem Spiel wieder auf? Ja, ist natürlich immer sehr schade. Aber im Nachhinein kann man es dann natürlich auch leider nicht ändern. Danach waren dann, glaube ich, auch erst mal ein paar Tage frei, wo man dann den Kopf frei kriegen kann. Und dann geht die Saison ja auch schon wieder relativ zügig vom Neuen los. Und man muss Gas geben. Und ja, im Fußball geht es ja immer Schlag auf Schlag. Auch die Saison merkt man es ja bei uns. Wir spielen fast alle drei, vier Tage. Wenn man dann mal nicht das Ergebnis holt, was man sich vorstellt oder möchte, kann man es im nächsten Spiel schon immer wieder besser machen. Und ja, so muss man den Blick halt immer nach vorne richten. Okay, das ist natürlich sehr rational. Aber kriegt man das auch so wirklich hin? Oder fällt man da schon vielleicht so in ein kleines Loch? Ja, ich denke, es ist schwieriger, wenn man danach dann eine lange freie Zeit hat. Aber wenn es dann Spiel auf Spiel geht, ist es eigentlich relativ schnell, wenn man sich dann ja auch schon wieder aufs nächste Spiel fokussieren muss. Und ja, im nächsten Spiel dann ja auch wieder die Leistung abrufen muss. Und man sich auch gar nicht so viele Gedanken machen kann. Und dann ist es auf jeden Fall einfacher. Zurück zu deiner Vereinskarriere. Nach Mainz, die nächste Station, 1. FC Union Berlin, du bist jetzt bei uns. In Mainz ist dein Vertrag ausgelaufen. Wenn es dann um einen neuen Verein geht, mit wem sprichst du denn darüber? Außerhalb von deinem Berater, der jetzt natürlich auch noch dein Papa ist. Aber mit wem besprichst du denn solche Entscheidungen eigentlich? Oder machst du die sehr mit dir selbst aus? Ja, das heißt, mit sich selbst aus. Klar, man hat ja auch Vorstellungen. Mit Union Berlin war es auch relativ schnell klar. Man hatte auf jeden Fall Bock drauf, der Verein. Man hatte gute Gespräche mit dem Verein. Und man hatte Lust auf das Projekt. Und dann war es auch relativ schnell klar, ja. Jetzt bist du schon ein paar Tage bei uns. Hast Bundesliga mit uns gespielt, in der Conference League. Die Taktung ist irgendwie so eng. Man hat schon das Gefühl, wir sind schon irgendwo in der Rückrunde, weil wir so viele Spiele hatten. Also ich habe jedenfalls das Gefühl. Was hat dich dann eigentlich bei uns am meisten überrascht? Oder gab es überhaupt was, was dich überrascht hat? Ja, ich denke auf jeden Fall bei den Spielen die Stimmung im Stadion. Klar, man hat es schon mal mitbekommen. Es ist dann nochmal was anderes, wenn man selbst hier auf der Seite vor den Fans, mit den Fans im Rücken spielt. Und es war ja noch nicht mal komplett voll am Anfang. Und das war schon auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll. Hat man ja auch nicht immer so, auch nach dem Spiel gegen Bayern, dass man danach positiv von den Fans verabschiedet wird, wo man gerade fünf Stück gefangen hat. Das gibt es auch nicht überall. Und denke ich, das ist auch was, was sehr wichtig ist, damit wir alle zusammen dann auch positive Ergebnisse ziehen. Jetzt will ich mal ein bisschen vom Fußball wegkommen. Ich habe aber, obwohl so richtig kommen wir auch nicht weg vom Fußball, weil ich habe gelesen, du hast studiert. Was war der Studiengang? Sportmanagement. Also so richtig kommen wir nicht vom Fußball weg. Du hast das vorrangig, glaube ich, gemacht, weil du dich nebenbei auch weiterbilden wolltest. Hast du gesagt, du wolltest mal deinen Horizont erweitern? Ja, ich hatte schon mit ein, zwei Spielern auch, die es auch gemacht hatten, gesprochen. Die meinten, das wäre auf jeden Fall ganz interessant. Da hat man es halt mal angefangen und doch durchgezogen. Ging jetzt auch nicht so lange. Und es war auf jeden Fall ganz gut. Das ist aber, ich glaube, 2019 hast du den Abschluss gemacht? Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen her, ja. Okay, gut. Ja, zwei Jahre. Aber wie vereinbart man das dann? Das war extra ein Fernstudium. Aber du warst ja schon Profifußballer. Stell mir das trotzdem für schwierig. Ja, das war extra ein Studium halt für Sportler. Aha, okay. Also müssen jetzt nicht Fußballer sein. Dass du es halt von zu Hause aus am Laptop nachholen kannst, dass du dann halt die Sitzung, die einzelnen Fächern und kannst es halt auch, muss nicht live dabei sein. Die zeichnen es auch auf und schicken es dann einem zu. Dann kannst du dich halt, wenn du mal eine freie Stunde hast, hinsetzen und das auch nachholen. Du hast keine festen Zeiten. Und somit ist es eigentlich relativ gut zu schaffen. Verlangt dennoch sehr viel Disziplin? Man muss sich halt hinsetzen können und lernen. Aber zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall ganz gut, dass man sich dann auch mal wieder hinsetzt und ja, auch mal den Kopf beschäftigt. Würdest du selbst von dir behaupten, dass du ein sehr disziplinierter Mensch bist? Ja, ich denke, man kommt dann auch immer wieder rein. Also am Anfang ist es natürlich dann ungewohnt. Man ist es nicht mehr gewohnt, wie in der Schule, 90 Minuten zuzuhören beim Lehrer. Aber da kommt man relativ schnell wieder rein. Und es war auch interessant. Und ja, hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Und kannst du jetzt irgendwie sagen, dass es für dich ein Berufswunsch ist? Also der ist ja breit gefächert, Sportmanagement, wo du nach deiner Fußballkarriere, wo du ja noch jede Menge Zeit hast, dran anknüpfen möchtest? Ja, ich hoffe auf jeden Fall erstmal, dass man verletzungsfrei noch viele Jahre spielen kann. Und dann weiß man ja nie, was sicher gibt. Auf jeden Fall hat man sich nochmal Wort gebildet und es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, dann noch ein bisschen was für den Kopf gemacht zu haben. Ob es später in dem Bereich ist, weiß ich nicht. Es ist noch zu lange hin, aber man hat es auf jeden Fall. Macht es es einfacher, gewisse Strukturen in einem Verein vielleicht zu verstehen? Oder war das so theoretisch, dass man das eigentlich nicht so verknüpfen kann? Ja, man hat auf jeden Fall einen guten Einblick, auch Projektmanagement, Personalmanagement, und so ein bisschen Eindrücke bekommen. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, als wenn du es beim Studium hast, oder dann wirklich im Verein arbeitest und das alles hautnah erlebst. Aber auf jeden Fall, in der Theorie hast du schon mal vieles gehört und kannst vielleicht auch gewisse Abläufe nachvollziehen, wenn nicht alles klappt. Ja, richtig. Levin, wenn du nicht auf dem Fußballplatz stehst und nicht studierst, was machst du dann eigentlich in deiner Freizeit? Ja, ich würde mal sagen, zurzeit war mir auch immer relativ viel unterwegs. Man hatte gar nicht so viel Freizeit und war dann auch mal froh, wenn man einen Tag frei hatte. Ich glaube, die letzten drei Wochen hatten wir einen freien Tag. Dann waren wir natürlich auch immer viel unterwegs, und sind von dem Spiel zu dem Spiel geflogen. Dann konnte man auch mal den Tag nutzen, um zu regenerieren. Und ja, am Anfang steht natürlich immer viel an. Umzug, erst mal ankommen in der Stadt, dass man halt noch gar nicht so viel Zeit hatte, dass man einen richtigen Alltag so hatte. Aber wie sieht denn so ein richtiger Gammeltag bei Levin und Zunali aus? Boah, das ist natürlich schwer. Lange ausschlafen, gut frühstücken und dann den Tag aus sich zukommen lassen. War es ein gutes Frühstück? Ja, auf jeden Fall müssen Eier dabei sein. Und wenn es ein richtiger Gammeltag ist, gibt es dann auch mal was Ungesondes? Boah, es kommt immer drauf an, aber ab und zu darf man sich das dann auch mal erlauben. Dann gibt es auch mal eine Pizza vom Lieferdienst? Selten. Pizza vom Lieferdienst, selten. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Schwer. Also eine Rinderroulade ist schon was sehr, sehr Leckeres. Ja, kann ich nur zustimmen. Bist du denn selber ein guter Koch? Also kannst du die auch selbst machen? Eher nicht, eher von zu Hause. Levin, wir haben es jetzt schon gesagt, international, derzeit mit Union, in der Bundesliga bisher mehr als im Soll. U-Nationalmannschaften, jede Menge erreicht. Aber was gibt es denn privat, was du dir wünschst beziehungsweise welchen Wunsch du dir gerne erfüllen würdest? Privat, was ich mir erfüllen würde? Ja. Oh, ist eine gute Frage. Also ich denke, ja, auch in der jetzigen Zeit ist es natürlich erstmal gesund bleiben, damit man nicht in Quarantäne muss. Schon mal sehr wichtig, dass man auch, ja, dann immer fit ist und die Spiele machen kann und nicht dann auf einmal zu Hause hocken muss. Und ja, sonst denke ich, ist Gesundheit schon was sehr, sehr Wichtiges, was alles andere voraussetzt. Hast du ja keinen Wunsch mal, keine Ahnung, eine Weltreise, ein Hund, weiß ich nicht. Ja, ich denke, beim Fußball kommt man ja auch viel rum, dass man viel sieht. Klar, man hat dann nicht vor Ort so viel Zeit, aber ja, da hätte man es auch deutlich, deutlich weniger sehen können. Und ja, ich meine, das Leben ist ja mit 25 Jahren noch nicht zu Ende und man hat ja noch Zeit. Auf keinen Fall. Ich wollte auch nicht sagen, dass jetzt dein letzter Wunsch erfüllt wird. Aber es hätte ja sein können, dass wir dir vielleicht auch einen Wunsch erfüllen können. Aber gut, das finden wir an anderer Stelle raus. Levin, jetzt habe ich dich schon ganz schön viel gebohrt. Bevor ich dich in den Feierabend entlasse, gibt es immer noch zwei Sachen. Einmal, dass du dich auf der Fotowand verewigen kannst. Ich würde dir die jetzt gerne zeigen, aber die hängt im Studio. Das darfst du gleich noch machen. Und die letzte Frage ist immer, möchtest du den Unionern noch etwas sagen, was ich dich nicht gefragt habe? Und dann hat mein Kollege gesagt, zum Beispiel, dass dein Opa Uwe Seeler ist. Okay. Der musste jetzt noch einmal hinten raus sein. Sorry. Okay, du fandst ihn gar nicht so witzig wie mir. Hat er jetzt Geburtstag? Geburtstag? Das war auch. Ja, da nochmal an anderer Stelle. Aber genau, möchtest du den Unionern noch etwas sagen, was ich dich nicht gefragt habe? Dass ich dir etwas frage. Nee, dass du etwas erzählst. Es gibt ja vielleicht etwas, wo du sagst, das hat mich noch nie jemand gefragt, das will ich jetzt mal sagen. Ist natürlich schwer. Aber ich denke, ja, wir haben jetzt auf jeden Fall ein super Spiel vor der Brust. Brauchen da alle. und wollen natürlich das mit einem Sieg feiern. Und dafür brauchen wir alle im Stadion. Gute Schlussworte. Gefällt mir. Levin, du machst jetzt noch ein Foto, warte, mit meinem Telefon. Schönes Selfie. Oh, ist schön. Ist natürlich super Licht hier. So, drei Stück. Top. Levin, du bist jetzt gleich entlassen. Erst einmal vielen Dank. maximalen Erfolg für das Spiel am Wochenende gegen die Blau-Weißen und dir einen schönen Feierabend. Und viel Spaß bei der Suche von deinem Auto. Dankeschön.